Ein Witz am Donnerstagmorgen vertreibt Kummer und Sorgen. So, jetzt gibt es mal wieder einen Donnerstag-Frühmorgenskracher vom Olli. Ich glaube, jetzt muss ich überlegen, seit Ende 2015, also jeden Donnerstag. Ich glaube, einmal habe ich geschwänzt, aber... Viele werden, wenn sie den Witz hören, denken, den hat er schon mal erzählt, aber wartet es einfach ab. Es klingelt an der Tür, die Frau macht auf, vor der Tür stehen zwei Männer im grauen Flanellenanzug. Der eine sagt zu der Frau, möchte sie Zeuge ihr Hofhaus werden? Die Frau guckt die zwei an und sagt, ach kommen Sie doch einfach mal rein. Dann stehen sie im Flur, dann sagt die Frau zu den zwei Typen, ja und wie geht es jetzt weiter? Dann sagt der eine, ich weiß auch nicht, so weit sind wir noch nie gekommen. Wie geht es jetzt weiter? Ich weiß auch nicht, so weit sind wir noch nie gekommen. Also, ich hoffe, ihr kommt weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Bleibt gesund, verlieret niemals den Humor und am anderen Ende war euer Olli. So weit!